Jeden Tag sieht man irgendwelche Überfälle und Einbrüche, gerade in unserer Gegend, wo niemand daneben ist. Wir haben schon ziemlich Angst davor. Ich fühle mich auch bedroht, wenn ich es vielleicht nicht so richtig zugebe und auch sehr, sehr unsicher. Wir haben in den letzten zehn Jahren ein neues Produkt entwickelt, das Super Security System, das den Eigenheimschutz auf ein neues Niveau hebt. Bis zum nächsten Mal. Wir sind sehr stolz auf dieses Produkt, das wir hier verwirklicht haben. Wir bieten den Menschen damit die Sicherheit, die sie sich immer gewünscht haben und die ihnen letztendlich auch zusteht. Wir fühlen uns jetzt wesentlich sicherer als früher, weil mit dem Zaun nicht nur, dass er optisch gut ausschaut, der dürfte auch sehr, sehr sicher sein. Wir hoffen jetzt das Beste, dass wir in Zukunft keine Einbrecher mehr haben.